geht los geht los geht los noch nicht alleine vor pushen wir bleiben zusammen ballert schonmal sagt an wer low ist wo ist denn überhaupt nahkampfwaffen raus nahkampfwaffen raus alle zusammen wir gehen gleich weiter ich habe mega lag auf bainspike push jetzt 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 rein 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 ich sehe nichts mehr die sind wirklich alle gleich aus muss bainswike barriol heal ey jungen dieser bug mit dem schlagen nervt so ne ich habe heftige lags hier ich habe braver nicht bei deinem gemmack sorry ey hier brauchts zurück du müsst auch denen helfen wenn er da von bainswike verprügelt wird gemmack war auch hier kommt zu dir hallo zusammen darf ich einmal kurz stören äh gerade gerade schwierig wir sind im training wenn du kurz wartest ich habe eine einfrage gibt es bei ihr wollen zu kurz bitte warten ja klar kommt nochmal zurück kommt nochmal zurück kommt alle nochmal zurück alle nochmal zurück kommen alle nochmal zum hier hinten die pushen uns jetzt bainspike ist auf der linken seite alle auf bainspike fokussieren bainspike weg machen der ist hier mitten in uns drin läuft zurück läuft durch die mitte zurück ok ist zu schnell wir gehen wieder zurück alle wieder zurück beim healer bleiben hinten nicht vorne durch pushen wir heilen uns erstmal hoch wer dringt ja ich bin draußen ich bin von nordosten flankiert ihr versucht auf die rechte seite zu gehen Stundorn hier der zieht sich zurück ganz auf der rechten seite Stundorn auf dem bleiben mit einem Speer hinterher irgendwie Stundorn zieht sich zurück Stundorn ist low Leute ich bin hier allein auf Stundorn kommt mal ran hier Stundorn ist mega low auf Stundorn Stundorn ist raus Stundorn ist aus Loth gucken nächstes Target nächstes Target Nebukan greift mich hier an ne gompf Nebukan ist auch fast down der ist in Lederrüstung ja wo ist denn der bei Bemi hier hinten Nebukan Nebukan ist fast down ganz hinten ist raus Nebukan ist raus nächstes Ziel bainspike ganz linke seite bainspike großer Tursar linke seite alle auf Bainspike fokussieren den müssen wir low kriegen Bainspike ist low Bainspike ist Hälfte Bainspike ist Hälfte Bainspike ist Hälfte Alter ich hab so ne Lacks Ciao Bainspike Ja ich bin down Ich hab korruptum Schaue Trefft euch mal beim Healer Komm zurück Nix Bruder Pass down Ist raus Ist raus Ist raus Zurück zum Healer Zurück zum Healer Alle zurück zum Healer Behörden noch nicht Ja dann stirbst du jetzt Aracina zurück Aracina brauchen hier Ashman brauchen hier Oh ich werd angehittet mit Dögen Kein Kelle mein Herr Ok Ok wir haben keinen Healer mehr Kommt noch um den Turm rum Ok ich bin raus Bleibt zusammen beim Healer und sackt ein Target an Bleibt dich zusammen beim Healer und sagt ein Target an Leo Bainspike Bainspike Versucht es Zusammen bleiben beim Healer Bainspike down Schaue mach ne Ansage Ja kann grad nicht Ich werd grad angegrüßen zum Zweif Schaue Fahrrad Spiel Scha Leonie ist auch mal an Fahrrad down Ach shit Aracina Kriegst ansagen Ah Sleeve alle auf Sleeve Leonie sind Oh shit Ja Leonie ist da Ok Ja bin auch raus Schöner Fight Am Ende war es ein bisschen chaotisch Ja am Ende kann